hallo hier ist dieser paul mit dem tipp python programmierung das modul web browser in diesem video möchte ich nur ganz kurz auf die nun dienliche oder nicht dienliche das muss jeder für sich selbst entscheiden möglichkeit hinweisen dass mittels python anweisung python script eine webseite im standard web browser geöffnet werden kann das modul web browser hält dieses leistungsmerkmal bereit per python web browser also das modul web browser und dann die adresse wird die angegebene seite aufgerufen hier mit dem web browser firefox oder eben durch python um zu starten import web browser um das modul zu importieren und abschließend mit web browser punkt open und in klammern die seite als zeichenkette auch wieder als beispiel hier mal http doppelpunkt schrägstich schrägstich www.python.org existiert die umgebungsvariable browser wird diese interpretiert das bedeutet der angegebene browser wird mit der seite gestartet hier mal als beispiel die umgebungsvariable browser mit dem wert google chrome und nun noch mal python web browser und dann noch mal die adresse python.org diesmal gestartet mit google chrome das war user power from room screencast ciao und viel glück